Willkommen zu einem neuen informativen Informations-Produktplatzierungsvideo in Zusammenarbeit mit den Jungs und Mädels von Shakes & Fidget. Link dazu in der Videobeschreibung. Dort gibt es ab heute Freitag auch wieder einen einzigartigen legendären Dungeon. Gerne mal vorbeischauen, es lohnt sich. Jeder Klick supportet mich, ansonsten bewerten und kommentieren. So, gehen wir mal rein ins Thema und zwar, es steht ein Elefant im Raum, wie man so schön sagt. Und ich möchte hier wirklich keine Schlammschlacht auslösen. Ich weiß, heutzutage wird alles auf die Goldwaage gelegt, alles wird auseinandergebröselt, interpretiert, Gräben werden gezogen, Grenzen gelegt, Mauern errichtet und so beginnt der Krieg. Aber das möchte ich auf gar keinen Fall. Es geht hier nur um meine Ansicht, subjektiv. Das bedeutet nur, was ich empfinde. Andere mögen das vielleicht komplett anders empfinden und das ist auch in Ordnung so. Aber wie gesagt, ihr seid gewarnt, es geht um meine Sicht auf die Dinge und zwar um Koop-Projekte mit Kreis. Ich habe ja Ende letzten Jahres euch erzählt, dass Kreis aufhört, Vollzeit YouTube zu machen. Und ich möchte hier auch keine Dinge erzählen, die irgendwie privat gesprochen wurden, sondern nur Dinge, die er auch öffentlich in seinen Videos, in seinen Streams und so weiter mit der Öffentlichkeit geteilt hat. Ja, ich habe letztes Jahr ein Video dazu gemacht, dass Kreis aufhört, Vollzeit YouTube zu machen und wieder zurück ins Berufsleben geht. Und er hatte zu dem Zeitpunkt auch schon einen Job in Aussicht. Den hat er auch bekommen und er hat ja auch in seinen Streams kommuniziert, ey, ich habe relativ humane Arbeitszeiten und dementsprechend kann ich es auch hier und da bestimmt schaffen, nicht vielleicht jeden Tag ein Video zu machen, aber vielleicht jeden zweiten und nicht mehr wie früher vier, fünf Mal die Woche zu streamen, sondern vielleicht zwei, drei Mal. Das war so seine Vorstellung. Warum er wieder normal arbeiten gegangen ist, waren die Gründe. Ich will es jetzt hier nicht so ausbreiten, denn es gibt ja dazu ein Infovideo, könnt ihr euch gerne anhören, da ist alles detaillierter, aber um es kurz zu machen, die Gründe sind halt mehr Sicherheit, mehr Freizeit, Urlaub auch mal wirklich machen können, krank sein dürfen, Rente, Krankenkasse und so weiter und so fort. Also Dinge, die man absolut nachvollziehen kann und die ich auch wirklich komplett verstehe. Er ist auch Vater von einer Tochter, ist auch öffentlich kommuniziert und der hat sich von seiner Ex-Freundin getrennt und wie es ihm nun mal so ist, wenn sich die Eltern trennen, dann gibt es die Mama-Zeit und die Papa-Zeit und da hat er halt auch gesagt, ey, wenn dann Mama-Zeit ist, dann habe ich ja die Kleine nicht und dann habe ich eigentlich am Nachmittag, frühen Abend Zeit für Aufnahmen und so weiter und so fort. Jetzt muss ich schon ganz ehrlich sagen, damals, als ich das im Video so kommuniziert habe, dass das der Idealfallplan ist, wusste ich eigentlich schon, das wird so niemals passieren. Ich wusste es einfach schon. Die Realität sieht anders aus, aber der kleine Träumer in mir, der hat sich halt gedacht, hey, ja, vielleicht ist es ja doch so. Vielleicht ist es ja so, vielleicht gewinnen wir ja alle, er geht wieder arbeiten, hat die Sicherheit, die er braucht, das feste Einkommen, das er sich wünscht und vielleicht hat er ja ein, zwei Mal die Woche Zeit, anstelle dann irgendwie Netflix, einen Film zu gucken oder sonst was, ein bisschen zu zocken und das auf YouTube hochzuladen oder einen Stream anzuwerfen. Hätte ja alles so sein können. Okay? Jedenfalls kam dann Sons of the Forest und ich habe ihn bewusst nicht angeschrieben, weil ich einfach haben wollte, dass er ein bisschen auch Abstand von dem Ganzen gewinnt. Ich meine, so eine Umstellung ist natürlich auch nicht easy. Plötzlich hat man wieder feste Arbeitszeiten, die man einhalten muss, Kollegen, mit denen man klarkommen muss, ein Chef, der einem was zu sagen hat und so weiter und so fort. Die Vorteile, die man in der Selbstständigkeit hat, die gehen da erst mal flöten. Und es ist eine Umstellung, ganz klar. Deswegen habe ich gedacht, lass ihn einfach mal, lass ihn einfach mal in Ruhe. Und zu Sons of the Forest hat er mich angeschrieben und mich gefragt, ob wir das machen wollen. Und ich, ja klar, ich setze mich hin, ich schneide uns direkt das Intro up to date mit Sons of the Forest und dann legen wir los. Und das haben wir ja auch und es gab insgesamt 20 Folgen. Aber dann sind die Folgen eben irgendwann leer gegangen. Und realistisch muss man so drei Stunden in der Woche einplanen, Aufnahmezeit. Das wäre es so. Drei Stunden, wo man sich dann hinsetzt und halt diese sieben Videos, ah, 21, 22 Minuten. Ja, ich finde kürzere Videos besser und dafür regelmäßig als irgendwie lang und dafür halt nicht regelmäßig. Das ist so ungefähr das, was man einplanen muss. Im Idealfall, ne? Immer der Idealfall. Und ich habe ihn auch gefragt, schaffst du das? Kriegst du das hin? Ist das alles möglich? Ja, ist das. War seine Antwort. Und jedenfalls, die Folgen sind leer gegangen. Und ich habe ihn dann auch gefragt, hey, wann nehmen wir wieder auf? Und er hatte dann ein paar Termine und ist krank geworden. Und das ist jetzt auch schon wieder eine ganze Weile her. Und in der Zeit, ich glaube, es sind jetzt schon zweieinhalb Wochen oder wir gehen sogar schon auf die dritte Woche jetzt zu, kam halt auch kein Koop mehr. Und in der Zeit wurde ich durchlöchert mit Fragen, wann, wo, was ist los? Ja, ich habe den Leuten kommuniziert. Ich weiß es nicht. Er hat sich nicht bei mir gemeldet. Ich habe keine Ahnung, wann wir nochmal aufnehmen. Und das hat den Leuten halt nicht gereicht. Und natürlich, das ist das Nächste, es bekommt auch nicht jeder mit. Auch das hier wird nicht jeder mitbekommen, ja? Auch das letzte Video hat nicht jeder mitbekommen. Wir gucken Millionen von Menschen im Monat zu. Und es ist ganz klar, dass nicht jeder oder nur ein kleiner Teil sogar wirklich dann auch die Informationen mitbekommt. Allein so ein Video jetzt sich zehn Minuten anzuhören, ist für viele schon eine Mammutaufgabe, ne? Und dementsprechend kann ich das natürlich irgendwie nachvollziehen. Aber ich muss ja trotzdem irgendwie kommunizieren. Und die Lage ist die. Ich sage euch jetzt meine emotionale Empfindung. Ich fühle mich nicht mehr wohl, ihn zu fragen, ob wir, wann wir aufnehmen. Ja? Ich fühle mich nicht mehr wohl. Ich fühle mich schon eine ganze Weile nicht mehr wohl. Und wir hatten auch schon natürlich privat dieses Thema. Und ich weiß, dass wenn ich ihn jetzt darauf ansprechen würde und ich sagen würde, ey, ich fühle mich nicht wohl, hast du überhaupt wirklich Bock? Er würde sagen, nee, alles cool, ich hab Bock. Ja? Wahrscheinlich, weil er vielleicht meine Gefühle nicht verletzen will oder wie auch immer, ja? Aber er würde auf jeden Fall sagen, nee, alles cool, alles cool. Aber ich weiß, dass es irgendwie nicht so ist, ne? Er hat super viel um die Ohren. Er hat ein Privatleben. Er ist, ich hoffe, glücklich damit, von YouTube los zu sein, wieder im Berufsleben zu sein. Er hat ja auch schon seinen Zusehern kommuniziert, dass er den Job, den er Anfang des Jahres begonnen hat, schon wieder aufgegeben hat oder aufgeben wird, weil er wieder zurück will in seinen alten Betrieb, in dem er war, bevor er mit YouTube angefangen hat, weil da gibt's halt auch mehr Geld, ne? Geld ist natürlich immer ein Faktor, ja? Ist jetzt nicht negativ gemeint. Er hat dann aber auch wieder Schichtzeiten und dann wieder mit Tochterplanung und so weiter und so fort. Da kommen wir eben zu diesem Punkt, machen wir uns nichts vor, es wird nichts, ja? Es wird nichts. Und ich fühle mich in dieser Beziehung auch nicht wohl. Ich fühle mich einfach nicht wohl. Ich fühle mich so, als wäre ich auf einer Party, zu der ich eingeladen worden bin, aber niemand will mich dort haben. Ich fühle mich so, als hätte er wirklich eine geile Zeit und dann komme ich um die Ecke und schreibe ihm, ey, wir müssen aber noch Sons of the Forest aufnehmen und er denkt nur, ach, kacke, stimmt. Ja, stimmt, ja, muss ich. Ja, so fühle ich mich halt. Das ist mein Empfinden. Und wieso ich das jetzt euch kommuniziere, ist nicht, um irgendwie auf ihn einzuhacken, weil, wie gesagt, ich finde es in Ordnung. Er hat seine Entscheidung getroffen. Er hat seine Entscheidung getroffen. Damit muss ich leben. Aber damit müsst ihr auch leben, ja? Ihr müsst damit leben, dass die Zeit einfach vorbei ist. Ja, und glaubt mir, für mich ist das super, mega schwer. Denn der Kanal läuft natürlich auch super gut ohne Kreis. Also beruflich bin ich nicht von Kreis abhängig, aber ich habe die Zeit mit ihm immer unglaublich geil gefunden. Ich habe sehr, sehr gerne mit ihm gezockt. Wir haben uns von Stunde Null an super verstanden. Wir haben den gleichen schrägen, weirden Humor. Und ich mache mir nichts vor. Sowas werde ich natürlich nicht einfach wiederfinden. Und es ist auch ein unglaublich krasser Luxus, jemanden zu haben, mit dem man jeden Tag quasi jedes Spiel aufnehmen kann. Das ist auch sowas. Das werde ich auch nicht mehr haben, ja? Das werde ich nicht wieder so hinbekommen. Wenn du mit anderen YouTubern Spiel XY aufnehmen möchtest, dann gibt es da einen Termin. Da gibt es da einen Termin, der wird 3, 4, 5, vielleicht sogar eine Woche vorher ausgemacht mit einer Uhrzeit. Da macht man sein Programm. Man nimmt sein Video auf, jeder bekommt sein Video. Und dann ist wieder vorbei. Dieses jeden Tag eine Folge Phasmo, jeden Tag eine Folge Grounded und so weiter und so fort, das ist purer Luxus. Das ist wirklich purer Luxus. Das kriegst du nicht so einfach hin. Ja, das kriegst du wirklich nicht so einfach hin. Und dementsprechend müssen wir alle einfach damit leben, dass es vorbei ist, ja? Und es ist für mich psychologisch auch echt anstrengend und schwer, weil, nehmen wir mal das Beispiel Zombie-Modus, da hat Kreis auch mehrfach öffentlich kommuniziert, er möchte nicht mehr spielen, weil nicht so Lust, weil zu aufwendig, zu anstrengend und so weiter und so fort, ja? Ich dagegen finde Zombie-Modus mega geil. Und ich habe die Ansagen auch immer super gerne geschrieben, ja, diese kleinen Anmoderationen am Anfang, die die Hälfte der Menschheit scheiße findet und die andere Hälfte der Menschheit genial. Da haben sich die Geister immer geschieden. Aber ich habe das immer alles gerne gemacht und ich würde auch gerne Zombie-Modus spielen. Und ich habe auch dann zu den Leuten gesagt, ey, Custom Zombies, ich habe Bock, da gibt es voll die geilen Karten, fette Easter Eggs, neue Waffen, neue Gegner, pipapo, aber ohne Kreis. Und da haben die Leute gesagt, ja, dann will ich es aber nicht. Dann will ich es nicht. Phasmophobia. Ohne Kreis. Und deswegen auch kein Pater Johnson, keine Timmy-Anmoderation und sowas mehr. Keine Intro-Leader, weil Kreis ist nicht drin. Ja, es ist einfach so. Also heißt es für mich, kein Zombie-Modus mehr. Egal welcher neue Zombie-Modus kommen wird, ich werde Kreis dafür nicht bekommen. Ich kann kein Phasmo spielen. Der Monologist ist jetzt rausgekommen. Super cooles Spiel. Wo ist Kreis? Ghost-Watchers, neue fette Geister. Wo ist Kreis? Ja, das wird mich immer und immer wieder verfolgen. Aber ich lebe nun mal von YouTube. Das ist mein Vollzeit-Job. Ich habe auch Frau und Kind. Die leben auch von YouTube. Ich muss funktionieren. Ich kann also nicht immer mit der Einstellung reingehen. Naja, Kreis kriege ich nicht. Also lasse ich es. Mache ich gar nichts mehr. Beende ich alles so. Das kann ich nicht machen, ja. Das kann ich nicht machen. Und selbst bei anderen Sachen. Ich bin jetzt bei Instinct, Management, kennt ihr vielleicht durch Hand of Blood. Und als die mich vorgestellt haben, auf Instagram, auf Twitter, stand auch nur drunter, jetzt holt noch Kreis rein. Wo ist Kreis? Kreis habt ihr vergessen. Kreis habt ihr liegen gelassen. Und auch egal mit wem ich spiele. Ja, auch bei denen, ihren Kanälen. Ja, ist ja ganz lustig. Aber hol doch lieber Kreis dazu. Also, es ist so bizarr. Auf einem Kanal von Nehmen wir mal nach Gnu wünschen sich die Leute eigentlich Minus Gnu plus Kreis und dann haben wir Kies und Kreis. Es ist so irre. Ich meine, ich kann es verstehen, dass das für euch der Gipfel der Unterhaltung war. Aber ja, ich kann es nicht erzwingen. Ich kann es nicht erzwingen. Ich kann es nicht aufrechterhalten. Ich kann nichts machen. Mir sind die Hände einfach gebunden. Und was ich auch noch erwähnen möchte und sehr traurig finde, ist, dass Kreis ist wirklich ein cooler Typ, ein lustiger Typ. Ich finde, er hat auch ein super Talent. Aber was ich sehr, sehr schade finde, ist, dass die Menschen da draußen nicht mal auf seinen Kanal gehen. Klar, ein paar machen es und ein paar unterstützen auch richtig krass in seinen Streams. Aber der Großteil, ich meine, Folge 1 hat wie viele Aufrufe? 300.000? Ich weiß es nicht. Und davon sind nicht mal 10% bei Kreis. Ja, also, ihr könnt mir auch nicht vorwerfen, ich promote den nicht genug, weil in der Beschreibung schaut kein Mensch mehr. Ich kann Analytics und alles angucken. Ich kann sehen, wie oft auf den Link geklickt wurde. Ich kann euch sagen, das schaut so gut wie niemand mehr rein. Dieser komische Kanalvorschlag, Kasten da auf YouTube, da guckt auch kein Mensch mehr rein. Und wenn man Kreis sehen möchte, wenn man Kreis unterstützen möchte, ey, Kreisverkehr eingeben, findet man ihn. Kreis Let's Play eingeben, findet man ihn. Kreis Keystore, findet man ihn. Kreis Mitspieler Keystore, findet man ihn. Kreis Gaming, findet man ihn. Kreis The Forest, findet man ihn. Also, man kann mir nicht erzählen, dass wenn man diesen Menschen so krass cool findet, dass man den Weg nicht zu seinem Kanal findet. Ja? Kann mir keiner erzählen. Gut. Das war's mit dem Video. Was nehmen wir daraus mit? Es kommt erstmal nichts. Und ich möchte trotzdem funktionieren. Und ich möchte auch versuchen, mit anderen YouTubern mal Dinge zu probieren, zu spielen, zu streamen und so weiter und so fort. Es wird nie dasselbe sein. Wie auch. Aber zum Beispiel mit Simon spiele ich unglaublich gern. Ich habe richtig Spaß. Ja? Also, ich finde die Streams mit dem cool. Ich finde die Aufnahmen mit dem cool für meinen Zweitkanal. Und es geht weiter. Es geht hier weiter. Und ihr kennt jetzt meinen Standpunkt. Ihr wisst, wie ich die Sache sehe. Wie ich mich dabei fühle. Und wir alle müssen es einfach akzeptieren. Das war's mit dem Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.